So, also Leute, das hat jetzt was gewollt. Ehrlich? Das hat was gewollt. Hörbi stirbt jetzt zwar, vielleicht töttet er sich schnell mal. Nein, nein, der Hörbi wollte eigentlich gussisch. So, ja Leute, da das hier so rar ist, muss der Hörbi hier aufpassen, mit was er baut. Diese Büsche sind lebenswichtig. Hey, ich bin nicht mehr allein, ja. Hallo. Hey, das kannst du wissen. Große Insel ist das, was? Aber riesig und hier, das ist glaube ich der einzige Ort, wo es hier Fiber gibt. Hinten ist eine riesen Bucht, das sieht aus, als wenn das die Bucht von Beam ist. Achso, wow. Wir haben ja ein Bett hier, ich werde mal ein bisschen am Strand lang laufen. Ja, ich versuche hier ein kleines Häuschen zu bauen. Ich sammle gleich mit. Okay. Gibt's mir die, gibt's mir irgendwas? Äh, Axt oder so? Oder die Sichel? Ja. Äh, ja. Moment. Äh, ja. Hier. Hier. Und dann... Äh... Zwei. Ah ne, oh. Hier hat der Bogen und die Pfeile. Jo. Äh... Die Steine hier müssen wir wahrscheinlich schön kloppen. Oh, sehr, sehr schön. So. So. Sieben. Äh... Hey, das könnte ich sogar noch zähmen. Kannst du es auch zähmen? Nee. Whoa. Whoa. Na, zum Glück bist du hier, sagst du dir. So, die Größe dürfte erstmal reichen. Nicht wirklich, aber hier bauen wir noch eins dran. So. Sieben. Ja, Hase. Der Tür, Moment. Sechs. Ihr sollt ein schnelles Miffy bauen, das doch? Das steht doch hier schon. Okay, damit hat der Lobby jetzt nicht gerechnet, ne? Schöne Ecke hier, ne? Schöne Gegend. Ja, voll schön. Wie in den Alben. Immer die Tropen waren ja auch langweilig. Ja, hier ist es schön. Ein bisschen Nordland. Oh man, man spürt die frische Luft, wisst du? Ja. Acht. Oh wow, hä? Na Leute. So. 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 So, da lob ich dir jetzt ne Leiter. Also ne Ebene höher gehen wir auch noch, hä? Wenn wir hier reinkommen, dann gehen wir gleich hoch. Aber dann eher andersrum. So, und dann... Ey, da gibt's ja auch noch andere. Okay. Was ist denn das? Solche Treppen gibt's auch? Okay. Wow. Oh, das ist ja cool. Hm. Da kann der Lobby jetzt wieder spielen, ne? So. So. Eine Kuh. Ja. So. Acht. Da läuft ein... Hallo Schaf. Der Hörbi baut ein Häusle. Das ist voll süß mit den Hasen hier. Ehrlich. Da fangst du, wenn wir nicht mehr so ein bisschen mehr schlicht. Äh. Der Hörbi, jetzt oder? Die. 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 Eine. Die. So, dann ist es doch schon mal was, he? Siebel mit die Fenster. Moment, da kann der Hörbi... Hier wollte er eigentlich schocklern. Ach, schönes Wetter! Hier reingeplumpst! Schönes Wetter, also das ist der Wahnsinn! Wo kann der Hörbi jetzt das da oben drauf nicht setzen, weil die Tür offen ist? Oh, interessant! Ja, aber Moment, der Hörbi, der hat... Nein, ja, das war richtig. Hier... Das macht ja Sinn, da noch mal hoch zu kommen, he? Äh, sieben... nein, das... Ach, hier dran... Und zwar... Ja, ich hab voll Spaß, weißt du? Das macht echt Laune. Ich hab das Farben auch ein bisschen hochgestellt. Das ist Beam's Insel, ne? Ich hab die Bucht schon gefunden. Echt? Das ist ja cool. Willst du mal mitkommen? Äh, ich baue... Oder lieber bauen? Ich baue erst zu Ende, okay? Ich baue erst zu Ende, okay? Okay, ich muss sowieso Fasern holen. Ach so, okay. Sind noch welche da überhaupt? Boah, ich hab lieber Fenster hinten. Ach so, ne, hier wollte der Hörbi doch noch ein Stück Spider bauen. Joa, äh... Na gut. Dann eben Nisch hier so rücken. Joa. Eine Seeling. Braucht doch Lörbi. So. Sieben. Joa, also eigentlich doch ganz süß, he? So, bitteschön. Hey. Dann kann man oben noch... noch höher bauen. So. So. Bitteschön. Boah. So. 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 Doe ich mir jetzt zu Ende kommen, bist du? Ja, das ist ja cool. Ha! Okay. So, das Nebenstoff. Das ist... Sprach macht der schon. Aber das fetzt. Das fetzt, Blurby. Und dann machen wir es jetzt auch zu. Sieben. Okay. Aha. Ja, da müssen wir... Da müssen wir nochmal hier genau. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Stroh. Oh, das ist aber unten. Sechs. Okay. Heinecke. Noch Necke. Und hier hätte der Blurby auch gehen. Aber das... Da muss er erst nochmal schnell runter. Ich hab nochmal tausend Fasern. Wow. Wo hast du denn das nur gefunden? Ich bin hier um der halben Insel, um Fasern zu suchen. Also... In die Richtung, wo ich gucke, da sind Fasern. So, warte. Moment. Die Tür ist sechs. Tadam! Geht die jetzt auf? Wo ist denn? Ja! Ach, wo ist die jetzt auf? Zu ist zu. Und Dr. Lobby will hier noch ein Bett setzen. In der Liste. Jaaa. So. Da tun wir jetzt das alles rein. Hey! Oh ja. Wie nennt man das jetzt? Also frohe Kunde ist jetzt hier auf dem Sofa schon... Also heute zweimal gescheitert. Er ist festgefahren, dann untergegangen. Wir brauchen einen neuen Namen. Zum Beispiel... Ähm... Über... Lebens... Brett. Hä? Joa. Wobei das klingt ein bisschen seltsam. Acht. Kann nur hoffen, dass der jetzt lecker hält, wüsste. So. Der Schorsch. Nicht erschrecken, den Lobby. Nicht erschrecken, den Lobby. Ist das hier grüß hier? So kurz schauen. Ja. Äh... Schildtext festlegen. Ahoy. Auf. Mountain. Okay. Wow. Leute. Das ist ja der absolute Wahnsinn, hä? Komplett. See you with me. tread nicht. % Aff. auft. Not. всё... Off. Tu ver.